Willkommen zum nächsten Part von Counter-Strike. Wir spielen jetzt die dritte Map, und zwar von Aufrüsten. Es geht los. Ich hasse diese Map, sie macht mir überhaupt keinen Spaß. Was willst du von mir? Aber egal. Da sind noch mal gute Vorsätze. Jetzt irgendwas mit Montenessi wie Bipi. Jonge! Jonge! Geh doch raus, so Pimboso! Jetzt mach mal nicht mal schnell tot, Jonge! Achso. Jonge! Ja, doch, du behindertes Kind. Ich verleicht das ist gar kein... Fee, ding! Ah, scheiße! Alter, ich bin gesprungen, hab ein gekillt, als ich aufkommen bin, bin ich gestorben. Alter, komm, es geht mal, Schutt! Ja, genau. Ich weiß grad nicht mal, welche Woche ich habe. Ich glaub, ich hab noch die zweite. Oder gar die erste. Also, ich mach die vor, weil... ...ich verfickst. Warum One-Shot, wenn ich 100% Leben hab? Fick mein Leben. Yes! Was? 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 Ich hab jetzt die erste Waffe. Ich hasse es. Mein Skill ist ganz unten, Alter. Was soll das? Ja, was willst du? Einen tötet und dann werde ich schnell so... Was ist mir aufgefallen? Alter, der redet mir einfach in die Schussbahn. Dieser M.S. Tyler... Nein, dieser Timo. Fick dich. Marvin. Du schwules... Warst der dir jetzt schon einen Sniper? Ja, der hat jetzt schon einen... Fick uns. Lass mich den Sniper, wenn er dafür keinen Spaß hat. Leck mich doch am Zückerli. Nein. Delta... Ja, es ist zwei Nachzeiten. Was ist mir aufgefallen ist? Was schreist einfach alle zwei Sekunden. Ja, Alter, weil ich alle zwei Sekunden sterbe. Und deine Wörter sind... Alter! Dein! Dein! Du bist ein Bimbosohn. Aber so ein richtiges Bimbosohn. Alter, vieler kommt jetzt. Wie nervt das. So was zu Rage. Ich hab einfach nicht zuhören. Ich hab meine Chillrunde machen. Was willst du von mir? Haha. Fammers. Oh, oh. Oh ja, geil. Alter, ein One-Shot-One-Kill ist sehr deppert. Ja, One-Shot-One-Kill ist eh cool. Aber nicht bei mir. Aber nicht, wenn wir getötet werden. Ja, das nervt. Was? 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 Willst du mich der Flachsinn? Du Loser. Du Loser. Er tötet mich und ich nenne ihn Loser. Ich bin... Ja. Alter, komm. Ich hasse diese Map. Ich hole nicht drauf angeschossen. Ich hasse Map. Was willst du von mir, Alter? Alter. Alter, One-Shot-One-Kill. Willst du mich verarschen? One-Shot-One-Kill, Alter. Das sind meine Regeln. Das habe ich ihn getötet. Alter, mit der MGE. Ich hasse diese Map. Ja, Alter. Das ist... Man, ärgerlich. Es sollte den Start des Chuck Norris geben. Da wurde One-Shot-One-Kill. One-Shot-One-Kill. Das könnte man auch One-Shot-Kill nennen. Aber... One-Shot-One-Kill. Hauptsache kompliziert. Ja. Alter, der hat nicht gelogen. 18 ist er wix. Ich werde nicht... Ich mag es so kompliziert. Ich fücke es ihm in den Arsch. Aber es ist gar nicht kompliziert. Weißt du, was gerade die Stürmer bei mir gesagt hat? Very nice. Ja, bei mir auch. Und ich bin gerade davor verregt. Das willst du! Yes! Alter, danke. Ein Marsch. Was willst du? Nein, geht mir voller Marsch. Ja, mir geht der S.A.S. am Marsch. S.A.S. S.A.S. Nein! Alter, der hat mir den Kill gefladert. Ja, genau. Ja, der geht mir auch auf. Der hat mir auch den Kill gefladert. Jetzt aber nicht. Was? Wiss! Was? 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 Mit dem Messer genau. Lade doch nach. Ach, ja, genau. Scheiße. Der soll ich begraben gehen. Da waren so viele, ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich nicht schießen soll. Da habe ich ja, dass alle geschossen habe, bin ich halt. Ja, alter, ich habe ihn gegivt. Tchö. Mit Öl. Ich bin weg, falsch schaden verloren. Tchö. Was will der? Was willst du von mir? Na, der ist schon tot. Ja, toll. Ich töte, Alter. Ich versuchte abzufetzen. Ja, toll. Jetzt schreib ich toll. Wenn ich ihn killen will, dann... Ja, leck mich doch. Tchö, Kali. Oh, danke. Was ist die Goldmesserstufe? Was? 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 Ich glaube, das letzte. Oh, oh. Der, der ist das letzte. Ja, ein. Wie viele Schüsse, Alter? Ich habe noch einen gekillt. Yeah. Er hat mit dem goldenen Messer gekillt. Das war's mit dieser Aufnahme. Das war das letzte Land, aber es war nur diese Map, die wollte ich euch noch zeigen. Ich wollte euch alles zeigen. Wir sehen uns dann beim nächsten Modus. Ja, mein Katz-Konzept, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Euer Mestale, tschö. Bis zu Zudum. Ja.